Hallo, ich bin Stefan und studiere im Bereich Energietechnik an der OTH Amberg-Weiden. Ich habe mich für ein Studium in diesem Bereich entschieden, da der Ausbau der erneuerbaren Energien noch viel Potenzial hat und ich daran mitwirken will. Immer wenn ich jemandem erzähle, dass ich im Bereich Energietechnik studiere, bekomme ich als Antwort, das ist aber interessant und vor allem zukunftsfähig. Ja, absolut. Bereits vor den politischen Entwicklungen des letzten Jahres gehörte den erneuerbaren Energien die Zukunft. Nun wird ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien noch stärker gefördert und vorangetrieben. Die Lockerung der 10H-Regel beispielsweise ermöglicht den starken Zubau von Windenergieanlagen in Bayern. Das Entwicklungspotenzial der erneuerbaren Energien, die Möglichkeit, die Energiewende aktiv mitzugestalten und das vielfältige Fächerangebot im Bereich erneuerbare Energien an der OTH Amberg-Weiden lässt einen jeden Tag aufs Neue gerne an den Campus kommen.